Noch nicht fertig, Laura Maria zeigt das Babyzimmer. Für Laura Maria Ruppers, 27, Baby ist so gut wie alles vorbereitet. Die Influencerin hat momentan allen Grund zur Freude. Sie ist nicht nur mit ihrem Freund Pietro Lombardi, 30, verlobt, sondern erwartet auch ihr erstes Baby. Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis sich ihr Nachwuchs auf den Weg macht. Jetzt zeigte Laura. Wie schön sie das Babyzimmer schon eingerichtet hat. Wir sind noch nicht zu 100% fertig, aber das Wichtigste ist schon drin, erzählte Laura auf Instagram. Daraufhin filmte die werdende Mutter den Raum, der ganz ihrem Baby gehören soll. In dem befindet sich ein Babybettchen, ein Sessel, ein Wickeltisch und ein großer Schrank. An der Wand befinden sich außerdem süße Wölkchen. Für Lauras Sohnemann steht also alles schon bereit. Laut der Beauty soll der kleine Hosenmatz Anfang des Jahres das Licht der Welt erblicken. Aktuell wächst mein Bauch richtig. Der kleine wächst und macht Action, gab Laura ein Update. Musik 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 Musik